ja jo leute was geht ab der Polen am Start herzlich willkommen ja zu einem kleinen neuen Projekt und zwar auch mit dem Epic mal wieder hallo und wie man es wahrscheinlich schon im Bilde sieht spielen wir left for dead ja ich würde sagen wir starten mal so oh du bist Zoe du bist das Weiblein läuft bei dir fett bist du geworden leimt denn oh fuck was ist jetzt achso ja jetzt ladebalken 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 oh es geht raus cutscene guckst du dir an oder ja alles zieh uns nicht mehr an gehen sie zum mercy hospital um ausgeflogen zu werden äh ich nehm erstmal die mc10 oder die uzi besser gesagt was nimmst du was nimmst du ich hasse unter vodgum nimm mal deinen medic nimm mal die Pick so los geht's oh ich hab aber leider noch nicht äh das anpackt leider bei mir verschwinden die Leichen oh schade ich muss das unbedingt so machen dass die Leichen da bleiben ja warum das ist geiler ach komm da bleiben die Leichen hier liegen und mehr Blut und alles grafik ist schon ein bisschen alt smoker molotovs kommst du zu mir ich hab einen molotov zwei stück hier gibt's molly bist du ja es lohnt sich immer hier überall oh Pillen oh du Fotzer hat er mir die Pillen geklaut nicht gesehen ich nehme molly oh hat er loy boah dankesee so weiter oh shit in coming da kommt er oh shit in coming smoker smoker ja der hab ich alles ok alles easy jo wow ok gut ich hör schon wieder irgendein anderer verrückte zombies da wo 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 ne kam mir grad zuvor mit der sound cooles hier ist noch molly ich hab schon na los bot geh und hol dir den molly diese musik hier gibt's molly diese musik hier gibt's molly ich glaub hier ist irgendwo ne witch mhm naja weiter warte 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 ich hör hier was das hört sich an wie ein boomer na gut wir wollen ja nicht hinter den zombies hergehen sondern wir wollen hier weg ne ja ich bin ja unten und hier unten ist irgendwo ein boomer aufpassen immer wenn er sich ankotzt ist ein bisschen kacke hier geht's raus naja kommst du kommst du ich wollte gucken ob's hier eventuell noch pillen gibt ja mach Hilfe gerade nach wo ist er bei mir oh oh shit Ich nehm die Pillen! Panta ist wo? Ja. Hier ist was. Ein Pistol. Geht's hier irgendwas? Hier gibt's gar nix. Ja, Super Earth wieder meine Pillen. Kommst du? Ja, ja, ich hab nur Pistol. Ach ja! Geil! Waffen! Du hilfbar, Retter Junge. Hey. Macht hier keinen Schaden, oder? Nee. Gut. Hier ist auch nochmal Pistol. Ach ja. So laden wir nun endlich Munition, oder? Ja. Hier könnte ein Tank kommen übrigens, also aufpassen. Jo. Jo. Not enough! Not enough! Da ist ein Boomer. Boomer down. Sehr gut. Oh nein! Schnell, schnell, schnell! Incoming! 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 Oh shit! Alles okay? Ja, plus kaum noch Muni. Du hast Pistol Pistols. Immer. Get in the safe room. Get in the safe room. Oh shit! Ja, die Tür hat nur zu machen. Mit der Deckel. Oh ja! BAM Junge! Oh! Kann sein, dass wir fast beide gleich haben. Äh, ich würde sagen, übrigens. Obwohl, das waren jetzt keine 10, 15 Minuten mal. Ne. Wie mache ich denn das jetzt? Ich dachte pro Kapitel. Ach, zieh einfach durch. Lade nach! Ich hatte eine Folge. Erzähl jetzt durch, meine Fresse. Okay, beim nächsten safe room. Genau. Das heißt, zwei safe rooms. Und alles. Nimm aber jetzt die, die UC. Scheiße. Not gun ist kacke. Wir brauchen, warte mal, bevor du die Tür aufmachst. Ich verarze mich, dass das jetzt unnötig ist. Aber wenigstens, nehmen wir die Medding-Pads mit da. Wie verarzt man sich denn? Ein Linksklick, indem du das hältst. Ah ja. Ja, es geht. Wenn man 100% reingehen kann, dann... macht man es halt. So, go, go. Doch, auf. Boah, die Sogoz ist jetzt eigentlich voll scheiße. Wolle, Shopgun nehmen. Ist vielleicht besser. Ich weiß nicht. Ich nehm Shopgun, oder? So, ich bin unten. Kannst du mal kurz helfen? Ja. Bin auch unten. Okay. Oh, die kommt von oben. So, wohin gehen wir? Runter. Runter. Ja. Aufpassen, du mal. Hier hinten könnte was sein. Dann kommen wir direkt hin. Yeah. Pipes. Hier gibt's ne Rohrbombe. Nimm mal, Epic. Warte mal. Da ist ne Rohrbombe. Da ist ne Rohrbombe. Oh, wo ist ne Rohrbombe? Da oben. Liegt sie, genau. Ja. Was war hier? Was gibt's hier? Keine Ahnung. Werden wir ja gleich sehen. Lass mich mal vorgehen. Ich hab nen Shotgun. Dann krieg's nicht auf. Okay. Wohin geht's hier? Auch? Oh, hier ist ein Molli und ne Rohrbombe. So. Aber wirklich hier wo? Achso. Ah, okay. Weiter geht's. Buba! Witch. Licht aus. Mit F. Warum Licht dann aus? Warte, muss Pistole nachher. Weil wenn du sie anleuchtest, dann würdest du sie direkt auf dich akku. Oh fuck und sie sitzt genau in unserem Weg. Hast du nen Molly? Ne, oder? Ne, ich hab jetzt die Rohrbombe. Okay, scheiß auf, komm hierher. Hatter, hatter, hatter! Okay, wir müssen auf sie rauf. Okay. Bist du bereit? Wir mit Uzi alle direkt. Hatter, nacht. Hä, hä? Ich glaub ich keine Huni mehr. Keine Ahnung. Oh shit. Das ist grad uncool. Du hast Double Pistol, denkt er. Ja, die muss ich ja jetzt die ganze Zeit benutzen. Ich hab ja keine Muni mehr. Das ist ein Poker! Oh nein! Ab ihn. Alles klar, wir müssen auf die andere Seite, Digga. Das heißt, wir müssen hier nochmal die Treppe runter. Und die andere Seite hoch. Hier ist noch irgendwas. Da gibt's Muni. Ja, die sind auf der anderen Seite. Da ist ein Boomer. Boomer! Leiden ab! Ich weiß, dass es hier Muni gab. Irgendwo. Oh, Mollis. Kannst du Molli nehmen? Ja. Ja. Hier gibt's Mollis. Zeit für ein kleines Feuerwerk. Rein in den Zug. Und ab die Fahrt. Ich glaub der fährt nicht mehr. Ja. Wird das Spiel irgendwann noch gruselig? Ja. Ja. Hier ist Muni. Auf dem Tisch. Auf dem Tisch. Oh, Leute. Pill. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Wie geht's dir? Das Meister tut es nicht von mir. Ich würde es aber gerne den Kampf belehren. Wer ist denn da? Null Problem bekommen. Ich bin raus. So, warte mal. Nachladen. Hab ich. Ja, ich muss gerade. Oh. Hier ist ein Tunnel. Ja. Ja, da geht's zurück. Na, das ist klar. Dann kann man hier nicht, oder? Äh, nein. Ich glaub, das ist die schnellste Schnelligkeit, die du hast. Oh, boah. Oh, oh. Boca. Ja, ich hab ihn. Warte, ich drück keiner. Oh, nein. Total unnötig, oder? Yeah. Ah, hinter mir. Ich hab meine Waffe auf jeden Fall. Du solltest dich versorgen, Francis. Nimmst du Sniper, oder was? Nee. Shotgun. Die mittlere. Das ist ne Automatik. Die ist gut, weil hier jetzt gleich, glaub ich, ein Tank kommt. Dann nehm ich Sniper. Ein Tank? Für'n Tank. Dazu nur ne Sniper. Boomer. Da ist ein Boomer. Wie ich aber auch die Boomer alle mitnehme, wa? Fuck, wir brauchen Mollis. Hier gibt's ne Rohrbombe. Weil Tank anziehen. Okay, dann musst du gleich auf den Tank werfen, ja? Boah. Okay. Du kommst mit? Kam hier nicht eigentlich ein Tank? Die sind auch ein paar Mollis. Alles klar. Dann werf ich erstmal gleich die Rohrbombe, damit die ganzen Zombies weg sind. Nein! Ich hab doch mehrere Mollis hier. Okay, dann tätige ich schonmal, ja? Ja, mach das. Achtung! Sie kommen! Geh du ans Geschütz, Epic! Geh du ans Geschütz, Epic! Na hier, bei mir! Stop! Smoker! Keine Ahnung, Smoker! Geh du ans Geschütz, ich weiß nicht was du meinst. Na da ist so ein Geschütz, Stationäre! Ja, und ich beschütz ja von hinten. Guckst du grad nicht? Doch! Alles okay. Alles okay. Okay, wir können gehen. Aber... vorher... Guck ich... Hier gibt's Pillen. Tabletten! Ich nehm die Pillen. Okay, gut. Pillen gebrauchen können. Egal. Hunter ist unter uns. Alles klar. Alles klar. Muni! Doppelpüter. Bis zu. Hä? Da ist irgendwas. Ich höre was. Was hörst du denn? Ich höre was. Ich höre was. Ah, da ist ein Molotow. Hier gibt's Mollies. Ich wusste es. Hure. Keine miese Bitch. Okay, bist du bereit? Wir müssen hier runterspringen. Ja. Okay, 3, 2, 1... Boomer. Hey, guter Schuss! Alles klar. Oh, oh, Tank. Von wo? Wo denn? Da. Wo? Oh, da. Oh nein! Er brennt nicht! Ich muss ihn ins Feuer locken. Ich muss ihn ins Feuer locken. Er pegs. Warte. Da brennt. Oh, wir sind alle schon ziemlich... Am Arsch. Oh ja. Der Tank, der war gerade böse. Oh. Ich höre eine Witch. Das ist nicht aus. Oh nein. Nicht wieder eine Witch. Aber okay, mit der Schrott ist eigentlich gar kein gutes Problem, aber wir haben keinen Molly mehr. Ja. Okay, danke. Heil mich ruhig. Alles klar. Danke. Du hast was gut. Warte. Wo ist er? Wo ist er? Nicht das Auto treffen. Warte. Ren. 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 Abrein. Hier. Geht hör auf so. Gründer sie ist. Löse. Geht here rein. 0 dort kommen das genau so viele wie Louis der hat hängt habe ich verkackt mit dem Feuer okay gut ich würde sagen wenn sich gefallen hat dann schalte auf jeden Fall in die nächste Folge ein also haut rein